Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Hallo, ich bin Ina, ich bin 36 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder und ich wohne im Norden von Deutschland im wunderschönen Oldenburg. Was machst du? Ich bin Agile Coach mit dem Fokus auf Product Ownership und Product Discovery. Das bedeutet, dass ich natürlich sowohl ins Team wirke, dass da eine richtig gute Zusammenarbeit und Kommunikation entsteht, aber auch auf Stakeholder, auf die Nutzer, dass die wirklich nah ans Team ranrutschen, dass da ein gemeinsames Verständnis entsteht, was wirklich umgesetzt werden soll und dann am Ende ein richtig gutes Produkt entsteht. Wie bist du da hingekommen? Ich habe mit einer Ausbildung zur IT-Systemkauffrau gestartet. Das bedeutete viel Vertrieb und Marketing erstmal danach und leider dann immer mehr Kaltakquise, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat und dann habe ich nochmal geschaut, was ich so machen kann, habe erstmal mit einem Studium Wirtschaftsinformatik gestartet im Fernstudium an der Fernuni Hagen und hatte dann bei der HEC in Bremen die Chance, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern und meine Bachelorarbeit dort zu schreiben und bin dann über das Qualitätsmanagement ins Anforderungsmanagement am Ende gelandet, durfte da mein erstes Lastenheft schreiben, ist ja auch eine Erfahrung, das mal gemacht zu haben, habe danach aber dann die agilen Methoden kennengelernt und habe viel Storymapping-Workshops gemacht, Personas, Produktvision, habe dann immer in den Bereichen viel, viel mehr gearbeitet und da bin ich dann hängen geblieben. Das hat mir richtig Spaß gemacht, da aufs Team zu wirken und auch auf die Stakeholder, ja, mit der Business-Seite immer im Austausch zu sein und dadurch bin ich dann zum Agile-Coach gekommen. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ja, die Entwickler, würde ich sagen. Ich habe schon bei der Ausbildung zur IT-Systemkauffrau gemerkt, dass ich immer bei den Fachinformatikern abgehangen habe. Der Ausbilder hat immer gesagt, oh, Frau Eindemann, sie schon wieder hier. Die mochte ich einfach, mit denen habe ich mich gerne unterhalten, ausgetauscht. Ich mochte den Humor und das ist immer so geblieben. Ich habe mir da nach Jobs gesucht, dass ich mit ganz vielen Entwicklern immer mich austauschen, zusammenarbeiten kann und ganz nah dran bin. Das sind coole Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Obwohl ich selber, also ich habe Entwickeln in der Theorie gelernt, aber ich habe nie wirklich praktisch entwickelt. Welche Rolle spielt Software-Architektur in deinem beruflichen Leben? Ja, wie gerade erwähnt, da ich technisch selber ja gar nicht diese Architektur mitentwickele, also gar nicht selber mit umsetze, spielt es aber trotzdem eine große Rolle für mich, weil ich glaube da fest an Conway's Law, dass die Kommunikationsstrukturen und überhaupt die gesamte Organisationsstruktur die Software formt. Dafür habe ich oft genug mitbekommen, was das für Probleme nach sich zieht, wenn schlecht oder gar nicht oder zu spät kommuniziert wird. Und deswegen glaube ich, dass durch meine Arbeit, wenn ich da Leute durch Event-Storming, durch Domain-Storytelling einfach durch meine Arbeit zusammenbringe und gemeinsames Verständnis forme, auch die Architektur eine bessere wird und einfach maßgeblich mitgestaltet wird. Und das motiviert mich natürlich, dass am Ende einmal natürlich auch das richtige Produkt entsteht, was der Nutzer haben möchte, aber auch ein technisch cooles Produkt, wo auch die Entwickler gerne daran weiterarbeiten. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Ja, das war definitiv meine betriebsbedingte Kündigung, wo insgesamt ein Drittel der Belegschaft entlassen wurde. Das war hart, kam auch unerwartet in dem Maße, dass so viele betroffen sind. Und ja, war für mich schon ein Schock, dass diese Phase jetzt vorbei ist. Ich habe super gern mit den Kollegen zusammengearbeitet, habe die Zeit da sehr genossen. Fand es sehr schade, dass es jetzt vorbei ist. Ich bin jetzt aber in den Startlöchern für die nächsten Herausforderungen. Auf die freue ich mich auch. Das wird definitiv so ein Moment, wo man später zurückblickt und sagt, das sollte so kommen. Das war rückblickend eine gute Sache. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ja, davon gibt es ja ein paar, weil die technischen Fähigkeiten sind ja überschaubar. Aber meine wichtigste nicht-technische Fähigkeit, würde ich sagen, ist, Menschen wirklich zusammenzubringen und auch für ein gutes Umfeld, für eine gute Stimmung zu sorgen. Also ich weiß jetzt nicht irgendwie die, wie heißt es, Welcome-Manager oder einfach nur Party-Stimmung, aber einfach eine offene Kultur, in der man viel miteinander sprechen kann. Habe ich auch als Feedback relativ früh bekommen, als ich meine Bachelorarbeit noch geschrieben habe, habe ich ja eigentlich nur in dem Büro gesessen und blöde Fragen gestellt, weil ich hatte ja so noch von der Materie gar keine Ahnung. Aber habe später als Feedback bekommen, dass ich einfach dem Team sehr gut getan habe mit meiner Art, weil die waren gerade in einer kleinen Krise, hatten ein paar Konflikte, auch einen Abgang. Und da habe ich dann mit meiner Art und Leichtigkeit wohl ganz gute Impulse reingebracht, dass das Team sich wieder besser gefühlt hat. Und ja, es ein bisschen regenerieren konnte. Es hat mich damals sehr gefreut, dieses Feedback zu bekommen. Ich würde sagen, das ist immer noch eine Fähigkeit, die ich natürlich immer noch beherrsche, jetzt ein bisschen mit mehr Agile-Coaching-Skills, um da gezielter reinzugehen. Aber ja, grundsätzlich einer meiner wichtigsten Fähigkeiten. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Ja, ich starte jetzt bald bei der EW E-Tel, einem Telekommunikationsunternehmen, und freue mich auf ein neues Umfeld, auf ein größeres Umfeld. Es geht dann um skalierte Teams. Es wird ein großes Produkt umgesetzt. Und ich war wohl auch vorher schon Teil von skalierten Produkten, aber nicht in der Größenordnung und nicht so nah dran. Und da freue ich mich total drauf, da jetzt neue Erfahrungen und neue Herausforderungen also einmal zu sammeln und zu begegnen. Und ja, bin sehr gespannt, aber auch auf die vielen neuen Kollegen. Ich habe schon einige kennenlernen dürfen und freue mich drauf. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Ja, meine größte Einschränkung ist definitiv die Zeit. Es gibt so viele coole, spannende Dinge, die man machen kann, ob jetzt einen Podcast oder ein Buch schreiben. Ich hätte auch noch eine weitere Idee für ein Buch. Aber wie schon erwähnt, habe ich auch Familie und ich möchte dich auch sehen und kann ich immer nur von Konferenz zu Konferenz fahren und möchte ja auch in den Projekten, in denen ich eingesetzt bin, wirksam sein und vor Ort sein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen und vielleicht zu manchen Dingen auch erst mal Nein zu sagen. Das ist meine größte Einschränkung. Drei Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Oh, das finde ich gar nicht so einfach. Drei Ratschläge. Also rückblickend, also ich bin sehr zufrieden jetzt, wo ich hier gerade bin. Ich würde meinen Lebenslauf wahrscheinlich nicht groß ändern. Manchmal denke ich, wäre ein Psychologiestudium spannend gewesen, weil ich die Bereiche so cool finde. Bin mir nicht sicher, ob man dann wirklich genau an der gleichen Stelle gelandet wäre. Es ist immer so ein bisschen bei diesem Was-wäre-wenn-Spiel. Sonst würde ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen mehr Mut. Ich war eine sehr, sehr gute Schülerin und wenn die Lehrerin das so gesagt hat, dann wurde das so gemacht. Und das musste ich erst mal wieder abtrainieren, dass man vielleicht nach Führungskraft auch mal widersprechen darf. Das war ein Weg. Habe ich mittlerweile geschafft, aber ja, würde ich vielleicht auch meinem kleineren Ich, nicht nur der 18-Jährigen, sagen, aber das sind so Sachen, die ich dem mitgeben würde. Was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben? Ja, sprecht miteinander. Kommunikation ist total wichtig und ist der Schlüssel. Ja, also ich bin ein großer Fan von Collaborative Modeling, dass man wirklich zusammenkommt, dass man ein gemeinsames Verständnis aufbaut, dass man eine andere Perspektive kriegt. Auch da, ja, sich mit, auch jetzt über Business, technischen Expertise, dass man einfach alle Perspektiven an einen Ort bringt und da gemeinsam drauf schaut. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Ja, wie ich schon gesagt habe, ist die Zeit ja mein Problem und ich verbringe gerne die Zeit dann mit meiner Familie und meinen Freunden und mache ab und an auch ein bisschen Sport, probiere es immer ein bisschen mehr. Also ich bin in so einer Handball-for-Fun-Gruppe, aber wir sind meistens zu wenige, um Handball zu spielen und machen irgendwas anderes. Aber, ja, ich hätte noch weitere Ideen, was mich immer noch mal, wir haben mal bei MeinSquams Kaputt eine Folge zu Info-Theater aufgenommen und das würde ich immer gerne noch mal ausprobieren, aber dafür ist einfach gerade nicht die Zeit da. Aber das kommt vielleicht irgendwann noch. Tschüss! 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 Vielen Dank.